Liebe Freunde des kreativen Promptens, wir wollten euch mal zeigen, was wir so in unserer Werkstatt machen, gerade wenn es um gute Texte geht, gute Texte, die gut lesbar sind, die der Empfänger sozusagen gut konsumieren kann und indem er auch Tiefe hat und etwas Wertvolles mitnehmen kann, aber auch solche Texte, die auf Google und anderen Suchmaschinen auch gut gefunden werden. Was nützt uns der beste Text, wenn er nicht gefunden wird? Und dafür haben wir uns auch für unser Webinar am 4. Juli um 12 Uhr beim Lumen Lunch & Learn, haben wir uns gute Prompts überlegt und all die findet ihr in unserer neuen SEO Masterclass, die ihr bei uns online im Store findet. Ich zeige euch mal einen, den wir uns überlegt haben, das ist ein Korrekturprompt, den kopiere ich hier einfach mal rein und dann fragt er mich relativ schnell nach dem Text und ich nehme jetzt mal bewusst einen Text, der schon recht gut bei uns rankt, der ist zur Kintsugi-Philosophie, da sind wir ehrlich gesagt auf Google schon auf Platz 1, aber was schon gut ist, kann ja auch noch besser werden. Vielleicht kennt ihr diesen Text auch. Ich habe mir den schon mal vorbereitet als Copy-Paste und es ist wirklich ein langer Text. In einem Taschenbuch wäre der sicherlich so sieben, acht Seiten lang mit noch Bildern und allem drum dran. Den haue ich jetzt hier einfach mal rein und das Schöne ist, der analysiert ja jetzt sehr, sehr gut. Die Struktur, was ist da drin, die Tonalität, ist die nicht nur überzeugend, sondern auch vor allen Dingen durchgängig? Habe ich zu viel Perspektivwechsel, all das, was manchmal irritieren kann? Wie viel Substanz ist da drin? Wie ist die Leserführung? Womit kann er angereichert werden? Was macht so ein Text vielleicht auch, ja, wirklich schön? Und jetzt bietet er mir noch an, dass er das Ganze schön als Tabelle rausgibt. Und da sage ich, natürlich, gib mir mal als Tabelle raus, was du so an Vorschlägen hättest. Und ihr seht schon, jetzt kommt hier eine ganze, ganze, ganze Menge. Und ich mache jetzt hier mal Stopp, um das Video kurz zu halten, aber ihr könnt es wirklich mit jedem Text machen. Mit jedem Text, den ihr gerade schreibt, den ihr veröffentlichen wollt, den ihr per E-Mail schreiben wollt. Daneben haben wir noch Struktur-GPTs geschrieben, die einen bestehenden guten Text nehmen, analysieren und dir eine neue Struktur für einen neuen Text aufbereiten und einen Ideen-Finden-Chat-GPT-Prompt, den du aber auch bei anderen natürlich GPTs einsetzen kannst. Also viel Freude damit, den, den ich hier zeige, den packen wir kostenfrei mal auf unsere Webseite in den Shop, so dass ihr ihn runterladen könnt, sicher. Und viel Freude beim Ausprobieren. Wir sehen uns vielleicht beim Webinar oder auch in der SEO Masterclass.